Oh mal, Lori, Michael Myers ist da. Wir müssen abhauen. Wir bleiben hier, okay? Ich habe überall im Haus Fallen platziert. Die Zulassung war die Hölle. Hey, Pferdearsch, ich bin ganz allein zu Hause. Wenn du mich kriegen willst, musst du mich wohl holen, komm. Ich würde nicht reinkommen, wenn ich du wär. Du kommst besser nicht die Treppe hoch. Achtung! Oh, fuck!